Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Starbound mit der Freulein hier. Und guck mal was ich kann. Soviel zum Thema Musik. Soviel zu dem Thema. Ja, mit dem Werken Herr Kelfank, genau. Das auch alle bei mir wissen. Oh, ich bin schon wieder hungrig. Geht direkt los hier. Direkt allein. Du bist auch gleich so weit. Was wollte ich denn gerade sagen? Mahlzeit. Jo, danke. Ich wollte etwas sagen. Wir wollen durch das Portal. Wir wollen durch das Portal heute, genau. Und ja, wir wollen durch das Portal. Ja, genau. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe das, als ich das letzte Mal die Begrüßung gemacht habe, da habe ich mich zuerst genannt. Voll unhöflich. Ach, Gott. Da habe ich zuerst gesagt, hier Freulein von Marzipan und dann erst hier der Kelfank. Gott. Egal. Gemeinheit, oder? Nein. Naja. Ja, wir haben ja jetzt eigentlich genug dabei, glaube ich. Wir haben ja das letzte Mal alle so weit tippitoppi gemacht. Hast du genug zu essen? Äh, ja. Ja, 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 ja. Ich habe vor allem auch Goldbahnen und so weit. Das weiß ich gar nicht. Ja, das kann man ja auch essen. Kann man essen, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen jetzt. Ich weiß ja auch nicht, wo wir hingehen. Wer weiß. Ich lasse mal ein bisschen hier. Boah. Ich habe kaum Geld. Hast du Geld? Ja, zum Pixel. Äh, 863. Ja, gut. Ich habe 610. Boah. Ich bin ja wegen der Sterberei hier. Ja, wir gehen verhungern. Aber wir mussten ja verhungern, ne? Ja, mussten wir ja teilweise, genau. Mit Absicht gestorben. Ich habe auch Zucker, Popcorn. Ich habe ein bisschen was. Ich habe auch noch ein Steak. Warte mal, das kann ich mal eben noch grillen, bevor wir losgehen. Ähm. Das wäre schlecht. Weil, ja. Ich kann nichts mehr machen, okay. Ach, das kostet, ach, kochen kostet auch Pixel. Echt? Ja. Ach, herstellen kostet Pixel? Anscheinend auch, ja. Muss man, oh. Das wollte ich gar nicht. Anscheinend schon, ja. Ja, oder wenn man, oder heißt es, wenn man das verkaufen würde, würde man so viel bekommen. Ach so, ja, das kann auch sein. Weil, guck mal, zum Beispiel, ich probiere jetzt mal was aus. So, Heißhalbe, da steht jetzt 10 Pixel. Ja, genau. Ja, gut, ja, stimmt. Dann, dann ist das, dann ist das wahrscheinlich das Verkaufen, wenn das da auch besteht. Ja, ich habe immer noch so viel. Dann nehme ich alles zurück. Ich habe hier noch eine Tür, ich habe hier Fackeln. Ach komm, dann lasse ich jetzt alles drin, so. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Hä? Was, hä? Ich habe ein Mikrofon. Ja, geil. Ja, du kannst doch... Weißt du, was hast du denn alles, ey? Ich will auch sowas. Ja, schön. Gut gemacht. Ey, das bringt 3000 Pixel, ne? Ja, abgefahren. Ah, ich habe ja auch diese Maske hier, ne? Ja, die kannst du auch... Vielleicht komm ja in diesen, diesen Weltraum... Supermarkt, ne? Genau. Die nehme ich mal mit, weil die finde ich echt nicht schön. Ich habe die ganze Zeit hier das, das scheiß Ding ausgerüstet, so. Ähm, ja gut, dann lass uns mal runter. Ähm, wo wollen wir denn? Bei mir auf dem Planeten oder bei dir? Ich weiß gar nicht. Einen Unterschied gibt es da, glaube ich, nicht, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, ich denke auch. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Dann... Hä? Dann gehen wir bei dir runter. Ja, einfach jetzt runter, genau. Der Günther, den habe ich jetzt gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Oh, ja. Ja. Ja, Eugen, Eugen ist auch immer allein. Ja, so ist das manchmal, ne? So, ich würde sagen, einfach rechts rum, ne? Ja. Ja. Jetzt direkt los mit dem Gegner. Na, du machst das. Ich gucke hier zu. Gut. Ja, ich bin direkt wieder betroffen worden, oder? Da oben pfeift schon wieder der... der Kind. Es pfeift nur einer und es bin... ich. Ja. Ach, lustig. Ich hätte gerne eine Gitarre. Ich kann dir dieses Keyboard geben. Ja. Jetzt singt die. Oh Gott, was kommt? Ich wollte gerade sagen, was kam da gerade? Scheiße. Nicht gut. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt weniger Pixel. Ach, Mann. Ich bleib mal hier. Aber ich habe, glaube ich, sogar ein Teil auszusehen eingesammelt. Warte. Ja, ist nicht so schlimm. Ja. Ich tue das auch manchmal wieder hinlegen. Ach, nee. Bin ich direkt verreckt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich war schon... Ach, wir brauchen Rüstung. Das ist ganz wichtig. So. Warte, ich habe hier noch mehr. Du hast auch Hunger, ne? Und dir. Ja, ich isst gleich was. Ja, alles gut. Ich glaube, das war alles deins. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Dinger haben. Wie heißen sie? Ja, hier, genau. Die kleinen Fragmente. Das ist das Wichtigste. Was ist richtig? Das ist das Wichtigste. Es ist halt jetzt gerade auch dunkel, da ist es natürlich auch gut. Ja. Aber ich, äh, ich war gerade schon, ich wurde gerade schon zwei-, dreimal getroffen und, ähm, hab schon gedacht, oh Gott, du musst jetzt gleich, ich muss gleich gucken und dann war's schon vorbei. Das war dann ordentlich stark, das Viech, oder? Ah, es wird hell, oder? Ja, schon. Ja, es wird hell. Da geht's wieder wagemutig voran. Ja. Da ist wieder so was. Guck mal, du kannst ja nach unten schlagen. Ja. Ja. Ein bisschen vorsichtiger sein. Trotzdem mindestens abkommen. Ja. Ja. Trebe ich nicht. Ja. Was? Was mir auch noch gefallen ist, man hört voll, voll stark meine Tastatur. Aber naja, gut. Ist halt noch nicht die Beste. Hört sich auch bald ändern. Ja, gut. Ah, guck mal hier. Oh. Singt ihr wieder jemand? Ja. Oh, ne, mal das Fleisch. Ich hab genug. Yay. Ich hab genug Essen. Glaub ich. Ich hab das alles noch ungekocht, das Fleisch. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht hätte man was mitnehmen sollen, ne? Ich hab, ich hab eigentlich genug. Ich hab schon echt noch... Ne, ich mein, so einen Ofen oder so. Ach so, ich hab die... Ich hab vorher, ich hab vorher dabei. Könnte ich ja mal eh... Nee, komm, machen wir dann. Ich glaub, es bleibt, oder? Warte mal, wird das... Nahrung. Should stay fresh for a while. Okay. Ich gar das mal kurz. Bevor das... Ja. Bevor das hier, ähm... Ja. So. Okay. Gut. Ich bin so geschweigt auf das Portal. Kommst du? Ja. Ich komm, bin da, 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 ja, ja, ja. Nur einmal das Mikrofon nochmal. So. Ja Gott. Ich lass mir auch immer direkt einer reinhauen, ne? Das ist schon... Ja, erstmal, ne? Ihr seid doch so, ihr Floraner. Was hast du? Ihr seid doch so, ihr Floraner. Ja, stimmt. Auf die... Ihr braucht das. Oh, die Fresse. Oh, was? Ey, da ist so viel. Ja, was ist das? Wie ist das andere? Wie ist das dumm? Ja. Ich brauche dringend, ähm... Ich brauche echt dringend, ähm... Ja. Oh! Ne bessere Waffe. Wow. Dadurch war er nicht so gut, oder? Was ich dir da gegeben habe? Ne, das ist... Ne, das ist... Der ist... Das ist zu nah. Das ist... Ohne Rüstung ist... Die kommen die Viecher mir dann noch zu nah. Das ist mir noch zu komisch. Ich nehme mal eben... Ich nehme mal eben was zum Heilen. Habe ich was dabei gehört? Ich habe 27... Ich kann dir was geben. Ich glaube, ich habe nichts dabei. Krass. Ich könnte auch eh nicht mächtigen. Also... Mir ist egal. Oh! 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 Warte... Jetzt habe ich dir die Facken gegeben, aber... Wo sind wir denn jetzt nochmal die... Hier? Ja? So. 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 Da pfeift einer. Ja. Oh! Wie die Scheiße. Boah! Ist auch relativ langsam das Schwert. Also wenn ich drauf drücke, braucht... Trotzdem einen Moment... Bis sie schläft. Ja. So, oh Gott. Oben oder jetzt da rüber? ja hier noch ein tolles team oder feines sind ich werde mir jetzt kommt vorher ich habe sogar bekommen das ist ein vogel vorsicht ich springe auch genau drauf was den jahren ist da oh mein gott ich bin ein wütender bauer kommt mit meiner hacke ich mache aktivieren okay und ach so bevor ich das jetzt aktivieren ja ich glaube ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und es sind ja auf beiden planeten jeweils ein portal ja ja deswegen kann das tatsächlich sein dass es jetzt es sieht so aus als hättest du das tor aktiviert und ich erhalte eine weitere eine weitere nachricht bitte kommen ich brauche deine hilfe das überleben des universums hängt davon ab verwende dieses tor dieses uralte tor und triff mich in den ruinen direkt hinter dem außenposten das klingt total ja ich muss erst mal untersuchen auch bei den kurs hier stimmt gar nicht wie geil es aussieht machen also jetzt müssen wir ja 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 fragezeichen scheiße gehen wir hin wir können uns ja bestimmt noch ich hoffe dass wir zurück zum schiff portieren können können wir ja eben gucken ja ja alles klar gehen wir los das dauert auch einen moment länger ja jetzt sind wir eine endlos schleife gefangen ja nächsten vier folgen komplizierer ladebildschirm krass guck mal im hintergrund der ist bestimmt die sind ja der planet wo wir waren dahinten ja ja gut kann sein wir sehen ja manchmal auch alles was nun so ein erd ähnliches habitat hat sie wahrscheinlich sei ausreißen ja ein hund und da ist es ist ein supermarkt oder ja ja geil aber direkt rein geh mal rein auch die kann man mit dem reden ach so kann man gar nicht rein aber man kann sagt man doch milch soda verbandskasten er ist kraftstoff abgesaugt aus monden um den hyperantrieb zu betreiben aber was das brauchen wir denn jetzt ich weiß es gar nicht ich weiß es gar nicht nicht ich dachte eigentlich die kernfragmente auch fürs schiff aber die sind ja nicht wirklich dafür da um das zu reparieren glaube ich das ist ein bisschen das ist echt teuer ja schau da ist nix drin ich habe beide reingeguckt was erzählt er alle floraner sollten jagen und nach oben streben ist das wasser ein weiterer floraner du musst die herrlichkeit der jagd verstehen ja ich habe gerne fisch an die an die was die reden immer so cool die floraner hast du gesehen die sagen immer also wie schlagen das z und das s das ziehen die immer so lang ich entkam nur ganz knapp der erde ich bin glücklich hier zu sein ja wir auch hier ist einmal deiner art genossen auch was der waldraut wie geht's ich hoffe dieser tag was okay ja das lesen dass die erde zerstört hat konnte andere welten besiegen wir müssen einen weg finden um wahrscheinlich zu zerstören einen rückschlag rückschlag zu entwerfen ja krass das geht schnell finde ich mit dem text das ist schnell immer weg ja oder das ist das stimmt du setzt sich bis hin ach komm mal hier hat ein mannke ich habe ein kommandant oder irgendjemand ich will das ach so das hier ist auch ein geschäft das habe ich mal gesehen auf irgendein bild da normalerweise sind ja eine florana drin aber das ist gerade zu retten wir bestimmt irgendjemanden der dann gearbeitet wird also wir sind jetzt gerade tatsächlich in der hauptstory ok da kann man brot herstellen wo hier schicker kochtisch ah oh gut und fischstäbchen äh ich mach direkt mal brot ich mach einfach vollteebrot wie viel geht es? fischstäbchen fischstäbchen ich wollte mich herstellen ich geh mal perlerbsenbrühe kann ich herstellen so jetzt nicht mehr weil ich wahrscheinlich kein geld mehr habe ne ne kostet es was? ne doch ich habe gerade brot hergestellt konnte aber vorher noch perlerbsenbrühe herstellen aber dann als ich das brot fertiggestellt habe auf einmal nicht mehr ok kann auch an den stimmt kann auch ne stimmt ich habe keinen Weizen mehr daran geht es ok vergiss es ich habe nichts gesagt oh das war einer weiß ich nicht wo versuch niemanden zu schlagen hier ne also vielleicht sollten wir mal die waffen weg tun ich oh komm ein pinguin oh oh ahhh bist du gestorben? ne nein oh Gott sei Dank ich komme Klassiker ja ich habe ein Schiff komm mit komm mit der geht ey also das ist ähm ah guck mal da kommt ein Haar hoch das sieht gut aus ähm ich glaube das ist auch so dass wenn man ähm wenn man mit Waffen rumläuft dann reagieren die halt auch mal drauf ne also werden dann halt irgendwie ja da muss man ein bisschen aufpassen ähm legt man nochmal alles ab? z ne? cool 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 nee also zeigt dass man die Waffe nicht mehr in der Hand hält nein ach so ich habe jetzt einfach nur da ist Bob der Baumeister ja guck mal die Pinguiner kannst du dich nicht erinnern wo du dein Powerbike ach hast der Roboter mit mir gesprochen oder mit dir erforderliche Chips du hast ein Fahrzeug zum reparieren was es gibt Fahrzeuge ey ja es gibt Fahrzeuge es gibt auch Mech also du kannst auch Mech haben so ach was ja voll geil ich glaube ich sind wir einmal rumgelaufen weil echt? ich glaube tut mir leid Kumpel wenn der Käpt'n nicht reden statt arbeiten sieht dann ah ist das auch ein Portal oder das ist das gleiche? das ist das ist was anderes das sind die so Ruinen geh da mal noch nicht rein ich kann da auch gar nichts machen ich kann nur zum Schieb und zu dir ja lass uns das mal lass uns das mal in der nächsten Folge machen die ist ja ja also wir müssten da glaube ich rein aber ich möchte mich noch ein bisschen hier umsehen bevor wir ja 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 ich weiß sogar so nicht ob wir da schon ähm ob wir da schon rein können so rein ähm ö die hat irgendwie fest tech 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 oh ach nein jetzt habe ich das ganze techzeug nicht dabei ja ja diese karten ne diese techkarten ja ja wir können ja sonst nochmal zurückgehen ich meine jetzt wissen wir es aber da guck mal ich glaube das ist der wo Hilfe kuchen hat oder ja soll ich ansprechen ja komm wir sprechen mal na dann ich lese mal vor okay ich bin dabei eine Technologie zu entwickeln die es den Benutzer ermöglicht flink von der einen Stelle zur anderen zu sprinten aber mir fehlt leider ein paar wichtige Komponenten für einen Prototyp könntest du mir mit 10 Kupferwaren auswerfen das haben wir doch nicht haben wir glaube ich klar aber können wir jetzt noch nicht jetzt wartet du natürlich darauf müssen wir dann holen alles ist ja nicht schlimm alles ist so toll finde ich hier nicht cool aber Florana und Florana voll groß aber in den ganzen Kisten ist nix Mann die Florana sprechen von sich in der dritten Form glaube ich echt ja der hat jetzt grad Florana ist nur hier zusammen ja merke ich auch bei dir immer echt nein mach ich das das Vollein das Vollein dem Vollein geht es nicht so gut da guckst du dir da krach aller das Hinsenmann da ist er wieder da ist wieder so einer die Zeit wird kommen für dich Lupsch was du bist doch nicht bereit was tschüss das ist wirklich der Sensenmann warte was sagt der bei mir das gleiche ja vor allem macht er so ja voll gruselig die sind gruselig was ein Problem oder was ich weiß nicht was das für eine Rasse ist aber das ist glaube ich entweder ist eine andere also der hat roter Augen es könnten auch die Glitch sein aber Florana Florana mag reisen Florana will das ganze Universum sehen ja ich auch oh krall ich kanns gar nicht ich hab gedacht ich kann hier ins Pisswar mal ja guck mal hier keine da geht nicht oh oh warte so erstmal erstmal ein abrücken fertig ich hab ein bisschen länger gebraucht man soll nicht so schnell das ist nicht gut sagt man man soll sich Zeit lassen das ist besser guck was ist das hier Design das kann man bestimmt ach so das ist ein Farbding wenn er jetzt zum Beispiel verschiedene Farben oder genau Klamotten hast und die reintunst dann kannst du die bestimmt Farblich ändern ach ist das schön hier hier fühl ich mich wohl erstmal Schokolade eine ganze Tafel Schokolade fressen ich verstehe die Herrlichkeit der Jagd ist das hier da ist überall nichts drin die wissen warum hier könnten wir guck mal zum Beispiel Rumpftechnik Beintechnik Kopftechnik also wahrscheinlich dann Helm oder so oder die Tickkarten oder Technik für mich klingt Technik nach Upgrade nach Level Up der Person selbst was kriegt ein zweites Hirn oder was Rumpftechnik weiß ja oder drittes Bein drittes Bein ha 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 nee ähm ja oder halt wirklich Hustern keine Ahnung wie du hörst ich philosophiere immer gerne ja ich weiß zwar nicht ach guck mal oh liebe die sieht ja ähnlich aus ne naja so eine hässliche Frisur habe ich aber nicht ne viel cooler ne ja guck mal hier arbeiten Bären was ja lustig die haben auch einen Auftrag mal gucken ok magst du vorlesen was ich möchte mein kleiner Bär hat sein Teddybär verloren und ich kann den Laden nicht weiter fällig machen während er es drauf ist kannst du mir bitte helfen für ihn einen neuen Teddybär zu besorgen oh soll ich soll ich mal den den du mir gemacht hast nein wir machen einen neuen nein wirklich nicht ne der bleibt für ewig auf meinem Schiff ja alles klar oder weint ne der kleine ja der weint ja voll süß aber voll die Kinderarbeit hallo ha 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 werden wir ausnutzen ha 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 aber ich hab auch mal meinen Teddybär verloren ja oh in der Pizzeria oh was ist mit dem denn los was hast du denn für eine geile Klamotte guck mal der hat so einen Regenbogen rumhang und glitzert mit dem würde ich reden ich will das ich will das gib her ey der geht da hin tapfer ach das das ist ein Glitch das ist auf jeden Fall ein Glitch ja so ein Roboter die die Gilde der Regenbogen Schurken äh geh doch nicht weg sonst kann ich das nicht lesen aber echt ja weil die Glitch ähm die Glitch die sagen immer eher eine Emotion bevor die was sagen ok weil die ja keinen Gesichtsausdruck haben sagen die immer was die gerade fühlen deswegen hat er jetzt gesagt tapfer bevor der angefangen hat zu sprechen ah hier kann man ja kann man sich da heilen ne aber hier kannst du den ähm Außenposten hier beschreiben zwei Tilo ach so New Bookmark ja gut oh der sieht ja cool aus ich glaube er steht hier noch nicht weg hier gehts noch runter wollen wir mal runter gehen du bist ja eben da runter zu fallen ja wo bist du denn? rechts links gehts nicht weiter da ist so keine Ahnung ähm der sieht ja cool aus der von Charlie von Schokoladenfabrik ich bin ein Erfinder magst du uns auch Dinge zu erschaffen? das ist ein Erfinder und der andere läuft dem immer nach ne? oh der sagt auch nichts ne Alter wo gehts denn noch hin? ne ist bestimmt so ein was ist das? what the fuck Mech-Part-Crafting ja hier kann man so ein Mech erstellen oder beziehungsweise keinen Namen geil ey ich freu mich so wenn ich ein Mecher äh als Part oh mein Gott ich reich dir nicht ne? ne ne ist in Milton was? oh da ist was drin in den Milton oh und? aufgeweichtes Papier warum würde jemand solch unnützen Abfall mitnehmen? keine Ahnung aber ich machs oh hier unten ist ne Bar voll cool voll dunkel mit nem Spielerautomaten und so und? oh ein Piguin braucht Hilfe? ja warte ich seh oh hä? was war das denn? wo bist du? ich weiß nicht ich bin gestorben wie? nein aber du bist nicht geplatzt bin ich verhungert? oder bin ich einfach vom Server runter geworfen worden? bei mir bist du noch drauf hä? wo bist du? bist du auf dem Schiff? oder wo bist du? hab ich gepiept? ich hab das jetzt nicht gesehen im Handeln achte ich vielleicht Hunger? äh aber da wär schon Platz hier ist auf meinem Schiff ich komm zu dir zurück ja jetzt kann man auch zu den Außen äh 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 jetzt kann man auch zu den Außenposten direkt hin okay geil das heißt wir müssen nicht mehr immer zum Portal rennen das ist cool so ich weiß nicht was passiert ist ich mache dir ein Angebot dass du nicht aufblenden kannst warte ich komm mal zu tausend auf grün äh 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 gibt's ja gar nicht auf schwarz hier wir setzen uns mal hier hin die null ist grün ja die null ist grün ja die null ist grün stimmt so sagt man null ne soll man den mal ansprechen ja komm und will der hä? ach jetzt ja ich lese würdest 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 du würdest du dir aushelfen? ja das geschäft läuft leider nicht mehr so pralle seit all meine Stammkunden auf der Flucht vor Dreadwing und seiner Bande Ganoven sind Ganoven 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 ich war jetzt so wegen Dreadwing und seiner Bande Ganoven sind oh Gott Entschuldigung äh könntest du ihn für mich aufsuchen und bezwingen sprich mich wieder an wenn du bereit bist ich schicke dich dann direkt zu ihm Ganoven und wird geheimnisvollen Sack ablehnen ja ja wenn das jetzt annehmen dann schickt er unser Hellerregner hin ich habe jetzt alles gerade ich nehme mehrere Quests und da kann man doch dann ähm ja sagen wir mal annehmen und dann ja so ja ok ja stimmt zum Beispiel folgen wir jetzt ja nur dem gelben da ne ja warte nehm ich schon best folgen ach jetzt haben wir die Quästen auch dran stimmt genau ja wir nehmen die jetzt noch nicht an nö 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 weil Ganoven und so da müssen wir kämpfen lassen wir haben ja da nicht mal Rüstungen ne ich geh mal wieder hoch ja komm ich was ist denn da was ist denn da was ist denn da was ist denn da auch im Müllsack neun Plätze was ist das ja was ist das ja ja ich kann es auch nicht annehmen ja ok 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 krass was man alles machen kann ey ja mag neue Florane auch menschen ich mag menschen ich mag menschen schon ein bisschen ja ich bin ja ich bin ja ein halber mensch hab ich ja so beschlossen ach so hey ich bin Tom hast du jemanden der dagegen gesehen warte der nennar heißt ne weiß wie der aussieht oder der da oh ist er weg ja beide wie denn wie denn hey ich bin Tom hast du jemanden gesehen in der Gegend gesehen was ja so genau so so stelle ich mir auch vor dass er so redet Männer Florana ist kein Fleischesser wie andere Florana nein ich muss sagen vegetarischer Florana Florana braucht stattdessen Farmen ok so ja gut jetzt bringen wir mal dem Onkel Doktor die Kupferwaren oder ja gehen wir mal zurück aufs Schiff ja ich geh auch mal auf meins weil ich glaube ich hab auf mein ähm müssen wir das jetzt beides geben oder ne ich will nicht weil es wenn einer macht ich glaube das reicht wenn einer das macht hallo Günder 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 ich nehm aber trotzdem welche mit weil ich auch aber 13 hab ich jetzt wie viel brauchte der 10 steht oben auch achso ja da wollen wir mal gucken wie wie ging Teddywehr zu machen achso äh mit dem Webstuhl achso achso hast du einen? ja ich kann kurz auf äh oder warte mal ich mach eben einen Webstuhl was fehlt mir denn Seil warte 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 Seil hab ich gar nicht gegeben warte ich hab auch glaub ich selbst Seil ich will ein Seil nicht Ich nehm mal die Tech-Dinger mit vielleicht ach ja stimmt Vielleicht kann man die ja einsetzen. Ich hab auch hier noch Module. Das war doch auch irgendwie Manipulatormodul. Wo war das? Ne, war nirgendswo. Ne, der brauchte die Kupferbahn. Stimmt. Das war nur unten irgendwie drin. Das kriegt man, glaube ich, dafür. So, ein Seil habe ich jetzt auch. Ach, da ist auch noch eine Tech-Karte drin. Hab ich doch nicht drin. Keine Kupferzeuge mehr? Ja, ich hab ja genug. Okay. Ich hab schon Hebstuhl oder so. So, muss ich mal gucken, wo ich den noch hinstellen kann.